Da spielt der Klavier! Er ist weg! Die Charaktere haben alle komische Augen, nur Mr. Grimm nicht. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu Garten of Banban Chapter 4. Erstmal wieder. Heute werden wir uns mit einem neuen Charakter beschäftigen, der dort eventuell vorkommen könnte, und es ist Mr. Grimm. Wir werden in den nächsten Tagen sehr, sehr viel von der Story aufholen, und es werden sehr viele neue Charaktere auf uns zukommen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst einfach ein Like da und abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst. Jeden zweiten Tag kommt jetzt erstmal ein Video zu jedem neuen Charakter. Viel Spaß, Kuss und wir gehen rein. Wir sind hier auf dem Kanal von BuggyHuggy und wir haben einiges nachzuholen, und ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnern können. Aber Mr. Krabs, so nenne ich den Gegner, hat hier einen Bossfight provoziert, und ja, wir müssen jetzt gucken, dass Mr. Krabs hier irgendwie rausgenommen wird. Diese ganze Story führt uns zu Mr. Grimm. Also bleibt dran, denn es wird sehr, sehr spannend, und gerade auch die nächsten Folgen haben richtig Potenzial. Wir reiten hier also gerade Opilla Bird. Tamataki ist verzaubert worden. Wie ihr sehen könnt, nur noch ganz komische weiße Augen. Es ist sehr, sehr merkwürdig, was mit ihm passiert ist. Und, ja, Opilla tut mir da auch ein bisschen leid, dass sie das da alles mitmachen muss, ne? Aber, Leute, was soll man sagen? Oh, Junge. Was haben wir hier? Shoot! Er hat das Ding echt getroffen. Junge, der wird doch megasauer. Guck dir den da oben an. Mr. Krabs. Tamataki hat gerade Opilla Bird aufgegessen. Nein! Und er fällt runter. Da ist Mr. Krabs und sagt, ja, Mann, ich will Geld. Und hier haben wir schon den nächsten Charakter. Der ist auch sehr interessant, aber Mr. Grimm ist natürlich für uns der Interessantere. Ich bin auch sehr gespannt, was der kann. Und vor allem, was da auch passiert. Ihr seht schon, ne? Es wird sehr creepy. Und der findet sich wieder, oh, in einer Höhle von einer Motte. Da sind die neuen Charaktere. Und darf ich euch vorstellen, auf der linken Seite hier ist Mr. Grimm. Und der hat irgendwie schon so einen kleinen Sohn oder sowas. Und hier sind einige andere Charaktere wie der hier. Das ist ein Charakter, den kenne ich noch nicht. Aber der ist der aktuell für mich bekannteste, stärkste Charakter. Mr. Grimm ist allerdings ein Charakter, der am meisten Horror, am meisten komischen Unmut verbreitet. Ah, Leute, es wird wirklich sehr schlimm. Er soll jetzt hier erst mal fünf Taschenlampen finden. Kriegt aber diese Tür nicht auf. Komisch. Ist da was hinter gewesen? Ich könnte schwören, da war was. Okay. Das ist ein Elektrizitätsroom oder was? Woher weiß man, welche Schalter er drücken soll? Oh Gott. Was ist das für ein Charakter? Ich habe seinen Namen vergessen. Wir haben den schon mal gesehen. Nightyboo. Okay. Nightyboo, Leute. Sehr interessant. Ähm. Es geht noch weiter. Er hat noch nicht alle Schalter aktiviert. Es fehlten eigentlich welche. Ich bin mir der... Also ich bin ganz sicher, dass da fünf standen. Was ist das denn? Von Nightyboo das Nest oder was? Oh, hör doch mal auf, ey. Was erschreckt der denn immer die ganze Zeit? Schweinehund. Also wenn der jetzt noch weitermacht, dann knall ich dem einen. Oh, wow, wow, wow. Schnell aktivieren, aktivieren. Und da sind die Schalter. Und jetzt ist das Licht an. Schlechte Idee, sagt Nightyboo. Alter, was ist das denn? Nightyboo kommt! Oh, wer bist du denn? Alter! Der hat ja vier Augen, der Charakter. Okay, krass. Ähm. Wer sind diese kleinen Fledermäuser? Sind das die Kinder von Nightyboo oder was? Puh. Junge, zieh durch. Zieh durch. Einfach rüber da. Jetzt komm schon. Ah. Bro. Bro. Wie weit muss der da runter? Wie groß ist das? Guck mal nach oben, Digi. Ich will mal sehen. Oh, da unten geht's noch weiter, ne? Er muss noch weiter runterspringen. Unter ihm ist noch eine Plattform. Nein, mehrere noch. Aber. Ich glaub, das war's. Oh, es hat ihm was runtergeworfen. Und er fällt. Und er fällt. Und er fällt. Nightyboo hat ihn geschnappt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wir wissen's nicht. Es ist gut. Get me out of here. Nightyboo möchte raus. Und er muss jetzt dabei helfen. Das heißt, wir haben hier das, also das Privileg wieder, dass es ein Boss ist, der uns gut gesinnt ist. Seine Kinder, klar, die hat er nicht so ganz unter Kontrolle. Aber prinzipiell, würde ich sagen, ist das hier ein gutes Zeichen. Und er lässt sie hoch. Ja. Freedom. Freiheit. Tschüssi, sagt Nightyboo. Was ist das für ein Hut? Guck dir mal die Mütze da an. Er nimmt ihn jetzt mit. Und es geht wahrscheinlich wieder nach oben in den Ring. Zu Mr. Krabs. Ja. Und man sieht ihn, wie er hier wieder an seiner Kugel da rumlungert. Und Nightyboo hilft jetzt, oder was? Mr. Krabs zu besiegen? Wäre einfach zu heftig. Was? Oh Gott. Alter Schwede, die Kanone hat da gerade reingezündet. Seine Kanone aufrücken. Oh, da ist... Oh, Coach Pickles. Oh, der hat gerade Mr. Krabs sowas von gegen die Wand gestampft. Alter Schwede. Es gibt jetzt den Überfight. Was macht man da jetzt? Er kämpft jetzt mitten auf dem Ring. Ganz oben, ne? Sehr interessant. Halt ihn einfach hin. Halt ihn hin. Junge, wie er ihn raufscheppert. Hä? Warum... Warum... Nightyboo haut die Kanonen weg. Oh, da ist der Shot drinne. Und das war's. Bam. Noch ein gepownt. Alter Schwede. Coach Pickles, der Ehrenmann, Leute. Safe ihn. Oh, Nightyboo hat noch eine Kanone abbekommen. Da muss doch langsam mal Feierabend sein, oder was? Digga. Was ein Kampf. Wahnsinn, Leute. Tabataki, aufpassen! Lauf! Und der läuft. Kann er da unter durch? Ja. Oh, Leute. Jetzt geht's zu Mr. Grimm. Oh, Baby. Jetzt geht's zu Mr. Grimm. Shamataki anscheinend der Stärkere noch hier. Oh, Gott. Alter, das sah so crazy aus. Was macht man jetzt hier? Verfolgt Shamataki den jetzt in Nightyboo's Nest? Ja, sieht so aus. Oder spring runter! Oh, jetzt ist Feierabend, denke ich, oder? Jetzt ist Feierabend, denke ich, oder? Okay. Er wird immer schneller. Er drückt den Knopf und... Leider zu spät. Leider zu spät. Komm schon. Komm schon. Jetzt den Knopf drücken. Jetzt den Knopf drücken. Drohne zieh durch. Zieh durch. Ah, es war richtig knapp. Ah, Coach Pickles, lauf, Bro. Macht mal einer das Fichter jetzt weg. Okay. Wer war er? Wer ist er denn? Habt ihr diese vier Münder gesehen, die sich da so ausgeklappt haben? Okay, das war sehr crazy. Sehr crazy! Aha. Aha. Nicht cool. Bro. Okay, das Ding wurde gerade ein bisschen abgeräumt. Ich habe jetzt drei neue Kreaturen gesehen. Wie krass ist das? Jetzt ist Ruhe, oder? Nein. Das Ding ist immer noch da. Wurde nochmal runtergedrückt. Die sind wieder zurück in Nighty Boos Versteck. Aber ich dachte, es geht schon zu Mr. Grimm. Oh! Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Guck nicht nach hinten. Das Ding kommt. Junge, Junge, Junge. Also, sich das auszudenken, diese Storyline. Krank. Und tschüss. Wir sind jetzt im zweiten Chase Up. Jetzt muss aber mal was passieren. Jetzt muss doch Feierabend sein. Tschüss. Er geht aber immer weiter runter. Die kommen voran. Ist Mr. Grimm... Wohnt der unten in der Hölle, sozusagen? Ja. Die fallen. Nein! Nein! Coach Pickles! Die sind runtergefallen. Coach Pickles ist dead. Are you... Are you okay? Er fragt ihr, ob es dir gut geht. Okay. Nice. Die haben es überlebt. Aber sie sind ganz unten. Und da kommt dieses Riesenfies. Man weiß auch nicht, wie es heißt, ne? Doom, Doom! Junge! Seit wann? Er hat das so reingesmackt. Bam, jo! Coach Pickles ist aus dem Rücken drauf. Doom, Doom geht hinterher. Und Smackdown an die Wand. Jetzt ist Feierabend. Und die machen den zu zweit. Er ist einfach zu stark, ne? Er ist einfach zu stark, ne? Bro! Er muss jetzt mit dem Fahrstuhl noch weiter runterfahren. Nein, sagt nicht. Er fährt noch weiter runter. Das wird nicht gut enden. Er ist da. Er ist bei Doom, Doom. Da war er aber schon, oder? Da war er schon. Da ist Mr. Grimm. Mr. Grimms Tür! Oh, Leute. Hört ihr das? Da spielt der Klavier! Äh. Er ist weg. Er ist nicht mehr da. Oh, Mr. Grimm ist jetzt weg. Feierabend. Digga. Was geht hier ab? Guck dir mal die Wandzeichnung an. Die Charaktere haben alle komische Augen, nur Mr. Grimm nicht. Was bedeutet das? Leute, ich habe falsch gelegen. Das ist der einzige Charakter mit dem hier. Die keine komischen Augen haben, der Rest ja. Mr. Grimm ist möglicherweise der neue stärkste Charakter. Oh, ich freue mich auf den nächsten Part. Und Leute, das war es auf jeden Fall. Erstmal wieder mit einem weiteren Video zu Garten auf Bandman 4. Denkt dran, ihr müsst einfach nur ein Like dalassen und den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr das Video übermorgen nicht. Digga's Christian, Deno, out.